Ich muss es aufstellen, oder? Das weiß jeder hier. Also, wie sieht die Sorge sehr aus? Ähm, Pascal hat gesagt. Felix, unser Rassist. Daniel Niko, unser Gedreist. Mein Name ist der Steffen. Ähm, sofern ihr jetzt verwirrt seid, ist das nicht schlimm, denn das passt zum nächsten Saison. Perfekte Überleitung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah ja, da hat mich die Technik mal wieder überlustet. Trotzdem Dankeschön. Ah ja.